So, es ist Finaltag, zwei Spiele und ich bin jetzt natürlich hier nicht alleine, weil das wäre jetzt langweilig, wenn ich zehn Minuten lang alleine hier quatschen würde. Daher habe ich jetzt noch einen Gast dabei und den stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Basti, hallo. Hi, servus. Schön, dass du da bist. Basti, guck da oben, die nehmen uns gerade drauf. Basti, du bist hier quasi mit Hauptorganisator von dem ganzen Laden, von dem ganzen Pokal. Erzähl mal, was waren deine Aufgaben bisher und wie zufrieden bist du? Also bisher, das war natürlich die ganze Vorbereitung, die Organisation, die hat im Prinzip schon letztes Jahr begonnen, als wir die Zusage bekommen haben, dass der Steinnach-Warner-Pokal dies ja bei uns stattfindet. Und von daher hatten wir, glaube ich, alle vier Wochen einen Ausschuss- und Vorstandssitzung. Und es war sehr intensiv von der Organisation, weil so ein Turnier über eine komplette Woche ist natürlich schon ordentlich. Von der Organisation, von was brauchen wir alles, wie teilen wir die Helfer ein, wie viele Helfer brauchen wir. Und ja, letzter Tag heute, ich glaube, wir sind dann alle froh, wenn es super, wenn es heute noch mit dem Wetter über die Bühne läuft. Würdest du sagen, bisher alles so gepasst, wie ihr es geplant habt? Oder sind euch Sachen aufgefallen, wo ihr sagt, das hätten wir vielleicht anders machen können oder so grob, hat alles gepasst? Ich glaube, im Großen und Ganzen hat alles gepasst. Natürlich gibt es hinterher immer so ein paar Dinge, wo man sagt, ja, hätten wir besser machen können. Das Schöne ist, in ein paar Jahren kriegen wir den ja vielleicht wieder, rotiert ja immer. Aber so alles in allem ist es ganz gut gelaufen. Und mit den Zuschauern seid ihr zufrieden, die dort vor Ort waren, bei euch hier am Stadion? Ja, also wie gesagt, das Wetter hat uns natürlich die ganze Woche super in die Karten gespielt. Wir hatten immer zwischen 100 und 200 Zuschauern hier vor Ort und das ist natürlich sensationell. Jetzt natürlich noch eine sportliche Frage, was ist dein Tipp jetzt für Spielplatz 3 und 4? Mein sportlicher Tipp, also im Grunde muss ich sagen, unser eigenes Ziel war natürlich sonntags hier um 15 Uhr zu spielen. Haben wir erreicht und ich bin gespannt gegen den SV Nern. Stand nach Wanderpokal, ja, alles ist möglich. Ich meine, wenn wir ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Kostet, kostet normal, ist ja eine Phrase. Sehr gut. Wer gewinnt das Finale? Off-der-Dingen oder Gummer-Ringen? Off-der-Dingen. Ich glaube, Off-der-Dingen. Okay, alles klar. Sonst, was ist noch so eine Message, die du vielleicht loswerden willst an Helfer, Helferinnen und an Leute drumherum? Und vielleicht auch jetzt, die noch im Stream sind und vielleicht aber noch vorbeikommen können, was würdest du sagen? Ja, natürlich, ihr müsst bei dem Wetter heute nochmal vorbeikommen, beide Spiele sehr attraktiv, macht, glaube ich, nachher Bock zu schauen, auch wenn ich es anders erwartet hätte, das Finale und das Spiel und Platz 3 von den Mannschaften her, aber, naja, ansonsten möchte ich mich einfach bei allen bedanken, die hier mitgewirkt haben, am ganzen Ausschuss, an dem ganzen Verein, es war echt eine harte Woche, natürlich auch an den Jungs, die Aktiven, die natürlich auch viele Einsätze übernommen haben und ganz besonders euch, dass ihr uns hier die Plattform geboten habt. Und den Standard-Pokal auch nochmal live zu übertragen und den so einfach nochmal ein bisschen sportlich vorzuheben und für alle, die sich nicht getraut haben, hier vorbeizukommen. Jetzt ist noch die letzte Chance, heute nochmal vorbeizuschauen. Was gibt es noch kurz, letzte Frage, was gibt es zum Essen, was wäre heute dein Ding, wenn du jetzt zum Essen rübergehen würdest, was würdest du dir holen? Naja, eigentlich würde ich jetzt sagen, zwei Hefe sind auch ein Versport, aber es gibt sehr leckere Steaks vom Holzkohlegrill mit Zwiebeln, das kann man sich nicht entgehen lassen. Und kalte Getränke. So, passt doch, fertig. Basti, vielen Dank dir, ich wünsche dir einen sehr schönen Tag, auch wir bedanken uns schon mal bei dir, jetzt ich bedanke mich im Namen des Teams, weil es wurde ja alles super organisiert, wir sind, wir werden rundum versorgt, wir haben fast alles und es macht mega Spaß so, weil so soll das ja funktionieren, wir mit euch, wir mit den Vereinen und ihr mit uns und danke dafür. Und jetzt wünsche ich dir natürlich einen letzten schönen Tag, genieße es auch, lass dich nicht zu auch stressen. Nee, heute nicht. Und trinke auch noch ein, zwei Bierchen. Das mache ich spätestens. Sehr gut dir. Kannst du mir dein Mikro einfach geben und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.